Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, The Order of Dawn. Dann reden wir doch mal mit Borg. Borg? Hieß er nicht Brock? Egal. Ich habe eure Sachen zusammen. Im Ernst? Gebt her! Bitte. Sieht gut aus. Das wird ordentlich krachen. Damit bekommen wir die paar Felsen schon aus dem Weg, was? Ja. Ich werde die Substanz ansetzen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Dann gibt's hier einen ordentlichen Rums. Okay. Ich bin bereit. Dann lasst uns mal ein bisschen Lärm machen. Ha! Das ist die richtige Einstellung. Auf geht's! Das wird ein Paukenschlag, der selbst den Göttern in den Ohren hallen wird. Kommt mit! Okay. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Laufschneiderzwerg. Ich weiß, deine Beine sind kurz, aber... Muss ich halt mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, jetzt haben wir übrigens schon drei Splitter. Ja. Juhu, es ist frei. Damit wäre das auch erledigt. Und hier ist das Portal nach Graufurt. Und zwei Kisten. Sehr schön. Vielleicht ist da noch was Nützliches drin. Wer weiß. Wieso folgst du mir eigentlich? Oder gehst du durch das Portal? Ich hoffe doch, du gehst durch das Portal. Aura der Flinkheit. Ring der Magie-Meisterschaft. Magie! Nein, der Magie-Meisterschaft. Natürlich. Oh Gott. Äh... Haben wir irgendwas Nützliches? Mächtiges Reichschwert. Eischildstufe 9. Yeah. Okay. Gut. Dann ab nach Graufurt. Ja. So. Ja. Wir sind in Graufurt. Dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö. Und ich rede mit Orthank. Von ihm kriege ich jetzt eine sehr gute Rüstung. Für mich eigentlich die beste im Spiel. Also für den Charakter, den ich gewählt habe. Sie ist stufenabhängig. Ja, Krieger. Ich hoffe, das Geschäft läuft zufriedenstellt. Ja, läuft es. Ich habe hier die Schuppen eines echten Drachen. Ihr habt einen Drachen erschlagen? Nied, Hals, Gnade. Ich weiß, ich bin gut. Dann will ich euch den Panzer fertigen. Mit all meinem Fleiß und all meinem Wissen. Dankeschön. Nehmt die Rüstung. Sie gebührt euch. Es ist mir eine Ehre, für euch zu sein. Da wird man ja ganz rot. So, und während ich mich auf den Weg mache zu Tanara, zeige ich euch mal die Rüstung. Ähm... Wo ist sie? Da. Drachen-Schuppen-Panzer, Rüstungsklasse 100. Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz plus 10. Mental-Magie-Resistenz plus 15 und wir sind schneller im Kampf um 10%. Wenn das nicht mal eine heftige Rüstung ist. Okay. Der Ordens-Ritter-Panzer ist stärker. Aber den können wir nicht benutzen. Dafür brauchen wir nämlich schwere Kriegskunst oder leichte Kriegskunst. Und, äh, das geht nicht, wie ihr wisst. Diese hier ist stufenabhängig. Stufe 25 müssen wir dafür sein. Dann gibt es da noch die Drachen-Panzer-Beinlinge. Dafür brauchen wir Stufe 23. Und die sind auch sehr gut. Ob die besser sind als diese, entscheide ich dann später noch. Jedenfalls hat sich das dann auf jeden Fall gelohnt. Und wo ist Tanara? Da. Von ihr kriege ich jetzt eine schicke Robe. Ah, ihr schon wieder. Ja, ich schon wieder. Ich habe die Seide. Nun, wurde auch Zeit. Ich werde gleich beginnen. Schön. Ich danke euch, dass... Still. Ich muss mich konzentrieren. So. Hier habt ihr die Robe. Hervorragende Arbeit, wenn ich das bemerken darf. Ja, 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 ja. Nochmals. Danke. Was für ein narzisstischer Mensch. Oh, Mann. Oh, was habe ich jetzt von ihr gekriegt? Licht sein, Robe. Taugt ihr überhaupt was? Wohoho! Also, ich darf bemerken, für eine Robe, ist die Hammer. So, und dann wollen wir jetzt mal... Kurze Pause. So, geht wieder weiter. Jetzt muss ich doch mal diese Grafsteine suchen. Für den Quest. Moment. Echos. Untersucht den Grafstein im mittleren Norden. Untersucht den Grafstein im Südwesten und den im Süden. Toll. Das hilft mir ehrlich gesagt nicht wirklich weiter. Das ist es nicht. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Da muss ich wohl weiter. Tombart. Da hat jemand ein Quest für mich. Der kranke Einsiedler. Das ist auch neu. Wollen wir doch mal gucken, was für ein Quest das ist. Hoffentlich will er nicht irgendwas... ...Außergewöhnliches von uns. Ich will den Flügel von... ...Einer... ...Fliege. Was? Das wäre wirklich schwer. Ich bin doch keiner Fliege in diesem Spiel begegnet. Hm. War da ein Grafstein? Nein. Wäre auch schon... ...zu schön gewesen. Okay. Kranke Einsiedler. Du siehst aus wie Rigor. Du kannst nur krank sein. Ja, ja. Immer diese gleichen Gesichter. Ein Wanderer? In dieser Wildnis? Ja. Ihr seht schwach aus. Schwach, ja. Schwäche wohnt in meinen Gliedern. Seit jenem Tag, als diese Krankheit mich niederschlug. Möge euch niemals etwas Ähnliches widerfahren. Nichts kann meine Qualen lindern. Oh, oh, Schreck. Ihr meint, euer Leiden ist unheilbar? Nun, der Zierfahrtrank. Er kann diese Krankheit heilen. Doch er ist selten und kostbar. Chan Muir, die Heilerin von Lianon. Sie könnte ihn brauen, aber sie... Ach. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bittet Chan Muir um einen Zierfahrtrank. Euch wird sie anhören. Ich werde sehen, was ich tun kann. Seltsam. Wieso macht Chan Muir den Trank nicht für ihn, wenn er sie fragt? Vielleicht ist dieser Typ etwas... komisch. Jedenfalls haben wir wieder einen neuen Quest. Ah, das nimmt doch nie ein Ende. Ähm. Mir fehlt nur noch ein Schlitter, wie ihr seht und... Spalt. Spalt. Warum? Warum muss ich da hin? Warum? Ich habe nur schlechte Erinnerungen mit dem Spalt. Aber dort kann ich Power leveln. Das werde ich natürlich nicht filmen. Das wäre zu viel. Das ist gut eine 8 Stunden oder... Keine Ahnung, wie lange ich das machen werde. Das... Ist ein bisschen übertrieben. Und das ist auch langweilig, weil ich da die ganze Zeit nur an... Ja, auf Gegner warte. Äh. Praktisch. Das ist nicht... Unterhaltsam. Da. Da ist ein Grabstein. Immerhin einer. Weil ich doch mal Avatar... Hast du Hummel im Arsch? Mann. Der Grabstein scheint sehr alt zu sein. Ein seltsames Raunen geht von ihm aus. Den Stein genau untersuchen. Der Name auf dem Stein ist nicht mehr zu entziffern. Eine Stimme wie ein Echo aus weiter Ferne scheint aus dem Stein ein Wort zu sprechen. Ta. Ah. Das ist ein Hinterhalt. Aber nicht der Tar, den ich töten soll. Nicht dieser Tar. Der wird mit H geschrieben. Äh. Vielleicht sollte ich damit bis zum nächsten Video warten. Bis dann.